Seid unbesorgt! Wir müssen sie wachen! Gruppe 0 müssen wir aufstellen. Wir müssen unbedingt so viele Truppen nachrekrutieren können wie möglich. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Es ist Zahltag. Da ist ein Kanon. Da sind Türme. Diese Flanke zieht sie ein bisschen zurück und feuert auf den Turm. Ihr feuert auf den Turm weil er weg muss. Jetzt feuert er auf die Kavallerie. Hier geht sie in Position und beschließt den Turm. Diese Flanke wiederum kümmert sich um diesen Turm. Okay der Turm ist gerade gefährlich. Fahr auf den Turm. Wir können nachfüllen gehen. Zurückziehen. Zieh dich zurück du Elendiger und hol dir neue Truppen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Der Turm ist weg. Für Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Und jetzt feuert das Feuer zurück. Nein wir haben unser Hauptbänner verloren. Feuern. Was macht ihr da? Feuern. Auf in den Kampf. Armw3 steht sogar noch. Ich bin bereit. Ich bin begeistert. Armw1. Okay die kommen jetzt um das Nebelvolk. So Armw3. Ne Armw2. Nachrücken. Ja. Ich könnte schwören ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ich könnte schwören ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Drei. Du. Angegriffen. Drei. Du. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Traum schließen oder schaffst du nicht noch zu stehenden Ziele? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Auf den Turm. Zurück. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir befehlen. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren wenn ihr mich kitzelt. Das Feuer zurück auf den Nebelvolk. Alter jetzt kommt ihr aber angeschwemmt wenn nichts gut ist. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Ja. Wo ist Armw3? Wo ist unsere Verstärkung? Hey. Wie ist er aufgefüllt? Wie soll ich mich konzentrieren wenn ihr mich kitzelt. Alter haben unsere Scharfschutzwelle gerade massakriert. Ah Armw2 ist angetroffen. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt. Ich wollte die ganze Zeit Truppen nachrekrutieren aber irgendwer hat das Spiel geweigert. Weil wir zwei Truppen ausgewählt haben. Wie soll ich mich konzentrieren wenn ihr mich kitzelt. So Gruppe 0 eure Zeit ist da. Braucht ihr Tunnel. Ja. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Ihr kümmert euch um die. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Feinde greifen eure Häuser an. In Ordnung. Ja. Jawohl. Wir brauchen wahrscheinlich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Neue. Armee 1 plus ihr Armee 1. Die haben Kenny getötet die Schweine. Ihr guckt das Nebelvergift so unglaublich stark angeschissen. Schauen komm schon Gruppe 0. Und Gruppe 9 kommt nachgerüst. Wir brauchen den Leib eigentlich ja. Nein. Hält dich. Gruppe 0 repariert das. Was macht ihr da? Da auf die Feuern. Angriff. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Also ich versteh die Leute manchmal nicht. Kommt zurück. Hinter die Front. Was für ein Haufen Autisten. Macht sie nieder. Gruppe 9. Hier hin. Oh, dann bin Tom verloren. Dann baut den hier. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Könnt ihr vielleicht mal bitte auf die gefährlichen Ziele schießen? Und könnt ihr mal bitte nicht irgendwo irgendwo rumstehen? Ihr werdet angegriffen. Ja, jawohl. Der will sich hier nicht durchbewegen. Gruppe 9. Tanzt an. Baut Törner. Wo ist Dario eigentlich schon wieder? Ah, der steht da hinten und triecht ein bisschen Tee. Hört ihr auf unsere Töne kaputt zu machen? Hört ihr auf unsere Töne kaputt zu machen? Gruppe 0. Neuer Turm. Wieso kannst du das Nebelvölk jetzt gerade so unglaublich pertinent an? Impertinent in Erse. Für Ruhm und Ehre. Ausbau vollbracht. Sonst waren die auch nicht so unglaublich frequent. Haben da auch keine so unglaublich hohe Angriffsfrequenz. Gut. Pass auf. Armee 3. Geht jetzt und kümmert sich um die Türme, die noch hinter uns stehen. Wird gemacht. Nur Mut. Armee 1. Rückt vor. Ich hab getan was ihr wollt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ihr repariert den Turm. War nicht einfach, aber wir haben es nicht geschafft uns hier festzusetzen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ah gut, unsere Verbündeten haben seinen Turm hingesetzt. Endlich. Die haben ihr Kriegsziel erreicht. Ausbau fertig. Und das Nebelvölk rastet wieder komplett aus. Feuer. Da wo die Schützen sind. Schön reinhalten. Ein Held ist in großer Gefahr. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ausbau vollbracht. Feucht ihr gefälligst mal da rein. Da ist wo die Gefahr ist. Da ist wo die Gefahr ist. Schützen, da drauf. Scharfschützen, äh, ich erzähl mal. War das alles hier? Das war alles hier. Gut. Ja, mein Herr. Ausbau fertig. Gut. Fertig. Armee 3 kann sich ein bisschen zurückziehen und wird sich jetzt um das Hinterland kümmern. Da gibt es überhaupt noch ein paar Türme von den Banditen oder so, die wir noch nicht ausgeschaltet haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwei. Ja. Ah. Quicksafe, wir haben uns endlich festgesetzt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Als nächster Schritt, mehr Türme. Kein Problem. Halt mich. Wenn's denn sein muss. Oh, da kommt das wütende Nebelfog schon wieder an. Euer Dorf steht unter Beschuss. Gut, dass wir beschlossen haben, diesen Turm zu reparieren. Ah, ne, jetzt greifen sie den Turm an. Hört auf, Löcher in den Turm zu ballern. Könnt ihr nicht einmal an anderen Bestigen mit eurem Ruhmgeschubse? Wir brauchen noch drei neue Leib-Eigner. Kommt hier oben. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, Herr. So, äh, Gruppe zwei. Kann sich hier in Begeben. Amir eins macht die Begeben. Begibt sich hier in Position. Weil das Nebelfog gerade unser größtes Problem sein wird. Leert sie das Fürchten! Wie viel wir gerade feststellen. Schießt auf die Schützen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr müsst die beiden Menschen die Türme erreicht haben, bis sie schon tot. Und das Problem mit den Schützen, die einfach was in der Lage sind, noch ein bisschen was auf unsere Kanotung loszulassen. So, und Armee 3 kann sich jetzt um die Überreste kümmern, die wir noch überall rumstehen haben. In Ordnung. Wir erledigen das. Es beginnt zu regnen. Sofort. So soll es sein. Euer Dorf wird angegriffen. Und dann können wir uns bald endlich dieses Dorfzentrum einverleiben. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gern. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Aber beim Regen können wir natürlich keinen großartigen Angriff durchführen. Das ist natürlich klar. Wir sehen nämlich nichts. Deswegen können wir noch einen Kundschaft dahin zu ziehen. Mit Vergnügen. Wenn ich mich um diesen Umstand kümmere. Da kommen wir das Nebelfock an. In großem Maße. Dieser Turm ist irgendwie angekratzt. Ich weiß auch nicht warum. So, ihr drei. Könnt schon mal hier aushelfen. Ja. Da steht's wieder. Hurra. Wie ihr wünscht, mein Herr. Und es wird Winter. Der Winter kommt. Fertig. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Jetzt will ich mal ein bisschen zurück. Ich hab dir kein was ich wollte. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich dann hier sein. Fertig. Meister. Natürlich. Erstmal ziehen wir unsere Leipagnen ein wenig zurück. Gruppe 9 nach hier hin. Gruppe 0 nach hier hin. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, Wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ihr beiden geht zu Gruppe 0. Du gehst zu Gruppe 9. Gruppe 9 Gruppe 0 Natürlich Kanonentropfen Gut Jetzt haben wir das Nebelfock auch unter Kontrolle, würde ich sagen Ihr könnt jetzt weiter nachschauen Wo die ganze Türme sich befinden Das kann ich Hier dann ausschalten, damit wir in aller Ruhe Gruppe 9 Dieses Dorfsyndrom einnehmen Und dann Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen Und der Dachchef Denn wir waren ja nicht sehr gründlich Wenn es um die Türme gegangen sind Wir haben dann von den Spawnquellen ausgeschalten Vielleicht haben sich aber unsere Verbindungen darum gekümmert So soll es sein In dem Fall wäre wir ihnen Unglaublicher Dank angebracht Weil die uns einen ganzen Haufen Arbeit abgenommen hätten Die Sonne kehrt zurück Es wird Sommer Da kommen sie wieder angewalzt Und rennen ihren Tod Wir sind alle Wir könnten zwischen hier ein bisschen Holz weg Da können wir gleich den Schießplatz verschieben Der steht hier nämlich scheiße Oder wir müssen ihn gar nicht verschieben Oh ja doch Wir können ihn jetzt schon verschieben Wir müssen ihn einfach nur nach hier setzen Ja Ausbau abgeschlossen Dann kann der hier dann weg Ich bin fertig Die Türme leiden immer noch Und Wir haben ein weiteres Dorfseand Truppen Endlich Können wir noch mehr Truppen ausheben Dario Find uns mal heraus Ob du hier was reden kannst Mit den Leuten Ja Das Gebäude ist nun ausgebaut Kommt ja nicht auf die Idee Ja Gruppe 9 Viel Spaß Die dürfen die Türme reparieren gehen Ich habe damit nämlich nichts zu tun Ich war gar nicht da Ich war gestern nämlich bei dieser netten Ähm Ähm Lichtung Holz gefällt Wir können mit dem nichts beraten Gut So gut ich kann Die weigern sich einfach Der Tag der Abrechnung Steuern und Säuze Warum will hier jetzt nicht mit uns reden Was soll das Sehr wohl Ja mein Gott So gut ich kann Wie ihr wünscht Meine Herren Weder Helias noch Varg Wollen mit uns reden So gut ich kann Eine eurer Arbeiter wird angegriffen Ach nö Komm repräsert den Turm jetzt Der ist mal heile genug gewesen Ah Salim Salim will mit uns reden Quick Save Und der ist im Geben von ganz vielen Nebel Durchrägern Danke für die Rettung Diese Geister waren kurz davor Mich in diese Wassergrube zu werfen Keine Sorge Dafür kannst du mir helfen Kerlbruch zu vertreiben Aber klar hat das mindestens Was ich für dich tun kann Ich habe aus dem Diese vier Geister überzeugen können Uns zu helfen Ich äh Gebe Wagn und Helias nur ein Zeichen Dass sie uns helfen können Wirklich Mit Freuden Es sei Natürlich Ah sie an Sicher Gut dann müssen wir gar nicht anquatschen Aber der ganze Rest von dem ist einfach nur faules Gesinne Wir greifen euch an Dass ich weige um uns zu helfen Könnt ihr da nochmal anbremst Ich stehe da ganz schön gefährlich Wisst ihr das eigentlich Kommt ihr mal kurz rüber Es regnet Ja mein Herr Wir müssen deren Spawnquelle finden und vernichten Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Gut Eine Kanonkisserei Können wir sie nicht bauen Ich habe damit nämlich Nichts zu tun In der Nähe dafür kommt das Verne Ich war gestern nämlich Und ein Wohnhaus Ähm Äh Lauf von 9 Ihr darfst mitspielen Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Ja im Arm Zahlung kommt es auch mal mit Eure Wunsch ist mir der Befehl Fertig Meister Ja Gut der Diep Wie wir es in Quickside nochmal gemacht haben Kann sich auf den Weg machen Für euch doch immer Schaffst du das Bevor das Nebelvorgang kommt Sofort Ja Mit Vergnügen Verteilt euch Aber wir haben Aber die Weißen greifen sich nicht mehr an Also abgesehen von Von Nebelvorgang Aber die Wegelagerer Die haben wir ausgerottet Von denen ist es mir übrig Immer in etwas Auf die Kanonen Besorgt Attacke Ein Kanonengießer Nimmt seine Arbeit Wunder Schön Um all eure Siedler Versorgen zu können Einfach aus Prinzip Und dann Dann haben wir den Alten Übers Ohr Gehauten Und Darius übrigens hier gewesen Steuern haben wir auch absolut gar nicht Wir kommen sowieso nicht über unser Geld drüber Und zum anderen haben wir so viel Kohlen Das ist kein Problem Sofort Sollen wir schauen ob wir jetzt ein Nein Für euch doch immer Ob wir ein Wiki durchfinden Quicksafe Ja Ein Verbündeter ist in große Gefahr Warte ich Und deren Türme zu zerstören Denn die spawnen doch garantiert aus dem Motto Oder der Hausruine Mit Vergnügen Oder sonst irgendwas Traurig Die Arbeiter bezahlen ihre Steuern Oh shit Ja Für euch doch immer Renn Renn Natürlich Für euch doch immer Oh shit Ja Aber sicher Geh durch Das Gebäude Ist doch Hohoho Alter Meine Güte Sofort Ah ich würde so einen Sohn jetzt sabotieren Würde uns aber nichts bringen Ich kann aber auch repariert sein kann Natürlich Sofort Für euch doch immer Gerne Sofort Aber sicher Aber sicher Ich glaube ich habe die Spawnquale identifiziert Ich sehe keinen Weg wie wir die ausschalten könnten Außer die Türme drumherum zu zerstören Oder die Wohnstädte in dem Fall Das Problem ist ein Dieb ist niemals in der Lage eine Sabotageart gegen solche Dinge zu verführen Die zerschießen ihn sofort Es gibt keine Deckung Ihr hättet angegriffen Nein Ja mein Herr Geh Alter Warum Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Ein neuer muss nachrekrutiert werden So Armee eins Wie viel Pech kann man haben Quick load Wofür speichert man denn schon Wenn man es nicht Ich bin und wenn man es nicht alles kräftig braucht Gleich doch immer Ziehe ich mal nach dahin zurück Du Bevor du uns wieder verloren gehst Geh endlich mal irgendwo hin wo du nicht zerschossen wirst Du Wahnsinniger Ich könnte schwören Ich habe gerade eine Elfe gesehen Jetzt geht es um Position Das, das so Wir lieben Theo Woah Die Òahaha Ich war